1. Baby mit 47 – Schwanger-Probleme bei Unter-Uns-Tabea? Sie genoss die neun Monate total. Die Unter-Uns-Darstellerin Tabea Hellnich kann ihr Glück kaum fassen, vor einigen Tagen erblickte ihr Sohn Monty das Licht der Welt. Mit 47 Jahren wurde die Schauspielerin damit zum ersten Mal Mutter. Hatte die Sopoti aufgrund ihres Alters mit Schwangerschaftskomplikationen zu kämpfen? 47 – und ihr Ehemann Oliver waren überglücklich, als sie erfuhren, dass sich Nachwuchs ankündigt, und genossen die aufregende Zeit in vollen Zügen, ich hatte eine so tolle Schwangerschaft, trotz meines Alters. Auch meine Frauenärztin hat das immer wieder geäußert. 48 – Ich bin fast ein bisschen wehmütig, dass es vorbei ist, schwärmt der TV-Star im RTL-Interview von den vergangenen Monaten. 49 – Trotzdem ist die frischgebackene Mama Megapi, dass ihr kleiner Sohn Monty die Familie nun endlich komplettiert. 49 – Der TV-Star hatte auch überhaupt keine Bedenken, mit 47 Jahren das Abenteuer Schwangerschaft zu wagen. 49 – Das Spätgebirren scheint in unserer Familie zu liegen. 49 – Meine Mutter hat mich mit 42 bekommen, erklärt gelassen. 50 – Eben und 49 – Jeb. 50 – Die Mutter hat mich mit 42. 50 – Wissen. 59 – Eine Frau hat mich mit 42. 25 – 40 Prozent. 60 Prozent.